Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn ihr mal bei einer Aufzeichnung dabei sein wollt, live, dann könnt ihr das am 10. August in Köln beim Here and Now. Alle Infos für Tickets zu dem Festival findet ihr hier bei mir in den Shownotes. Das waren die Worte von Joe Biden und am Ende von Donald Trump. Und dieses TV-Duell und vor allem der katastrophale Auftritt von Joe Biden hält die Welt in Atem. In der US-Presse Schock. Die Kommentierung fatal und es stellt sich die große Frage, war es das für Joe Biden? Die Demokraten diskutieren offen darüber, den amtierenden Präsidenten kurz vor der Wahl noch auszutauschen. Game over, sagt ein langjähriger Wahlkampfberater der Demokraten. Und die Abgeordneten waren so ungehalten, dass sie sich private Nachrichten geschrieben haben während dieser Debatte, berichtet die Financial Times. Sie zitieren einen Abgeordneten. Wir brauchen einen neuen Kandidaten. Und ich lese einmal die Kommentierung der New York Times vor, einer Zeitung, die den Demokraten nahesteht. Thomas L. Friedman, der eigenen Angaben zufolge geweint hat beim Schauen des Duells, sagt, Joe Biden is a good man and a good president. He must bow out of the race. Paul Booney kommentiert, Biden cannot go on like this. Esra Klein schreibt, auch in the New York Times, after the debate, I don't think Joe Biden should be running. Und Nikolaus Christoph sagt, President Biden, it's time to drop out. Ich möchte darüber mit einem Mann sprechen, der lange aus den USA berichtet hat für die ARD, jetzt Welt-TV-Chefredakteur ist und eine wöchentliche Sendung immer mittwochs um 18.30 Uhr auf Welt-TV hat, Weltblick auf Amerika. Ich möchte sprechen mit Jan-Philipp Burgert. Hallo, Jan-Philipp. Jan-Philipp, als du das gestern gesehen hast in der Nacht, was ging dir durch den Kopf? War es das für Joe Biden? Ja, ich glaube, das hatte eine historische Dimension gestern, dass ein Kandidat sich sozusagen auf der Weltbühne derartig demontiert, und zwar mit Ansage. Denn die Überraschung ist ja eigentlich nicht, dass Joe Biden sein Alter da gestern präsentiert hat oder dass für alle Welt sichtbar wurde, dass er nicht mehr fit ist, um dieses Amt auszuführen. Die Überraschung ist ja eigentlich, dass jetzt heute alle so schockiert sind, sowohl Medien als auch die demokratische Partei. Denn aus meiner Sicht war das jetzt wirklich ein Auftritt mit Ansage. Wie ist das zu erklären? Du sprichst es an, und ich habe gerade eben die Kommentare aus der New York Times und anderen liberalen Medien vorgetragen. Da hat man eigentlich in den vergangenen Monaten, wo die Diskussion ja zum Beispiel bei X und anderen sozialen Medien schon ganz, ganz groß war um den Gesundheitszustand, da hat man da relativ wenig gelesen, oder? Woran lag das? Ja, ich glaube, das ist wie so oft ja auch bei, sagen wir mal, demokratenfreundlichen Medien in den USA, dass dann nicht so gerne das gesagt wird. Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Man redet sich die Welt manchmal schön, hat da vielleicht auch versucht, den Präsidenten in gewisser Weise zu schützen. Und in Deutschland ist es nicht anders. Ich habe noch vor etwa einer Woche auch Bundeskanzler Scholz beim G7-Gipfel in Italien in einem Interview gefragt, wie er Biden denn erlebt habe. Und daraufhin hat er mir geantwortet, ja, das war ein Mann, der noch sehr genau wisse, was er tue und der sei noch fit und diese Medienberichterstattung sei übertrieben so. Das war der Subtext. Und Scholz sagte zu mir, dass er glaube, dass Biden eine sehr gute Chance habe, wiedergewählt zu werden. Ich sehe es komplett anders. Schon vor diesem TV-Duell haben in Umfragen sechs von zehn Amerikanern gesagt, Biden sei nicht mehr fit für das Amt. Ich glaube, dass seine Umfragewerte jetzt nochmal deutlich einbrechen werden im Nachgang. Und das ist einfach für viele Amerikaner ein wahlentscheidendes Thema, ob sie das Gefühl haben, dass ihr Präsident geistig und auch physisch noch in der Lage ist, der Anführer der freien Welt zu sein. Beine einzige Aufgabe war im Grunde gestern, diese Zweifel zu zerstreuen. Wenn man sich das heute mal anschaut, es wird ja auch überhaupt nicht über Themen gesprochen. Seine einzige Aufgabe war, die Zweifel zu zerstreuen. Und das ist ihm nicht gelungen. Und Donald Trump ist davon gekommen, mit vielen Unwahrheiten, die er da verbreitet hat, mit Fake News, wenn man so will. Und heute redet die ganze Welt nur über Bidens Alter. Also es ist eine komplette Katastrophe für das Weiße Haus, für die demokratische Partei. Und wenn man so will, danach hast du ja gefragt, auch für viele liberale Medien, die das vorher nicht kommen sehen wollten. Es erinnert ja auch ein bisschen übrigens an die Wahl von Donald Trump 2016. Da haben ja auch sowohl Demoskopen als auch viele Medien gesagt, nein, Hillary Clinton wird gewählt. Es erinnert auch an die Situation vor dem Brexit, wo viele Beobachter gesagt haben, es würde nicht passieren. Und insofern ist das aus meiner Sicht schon eine Parallelsituation, die wir da gerade vorfinden. Bevor wir darauf eingehen, was jetzt passieren könnte. Du hast dein Interview mit Olaf Scholz angesprochen. Es gibt viele andere auch im Umfeld von Joe Biden, die auch in Hintergrundgesprächen. Ich kann mich da an die Münchner Sicherheitskonferenz erinnern, wo ich war und auch mit vielen Amerikanern gesprochen hat. Und wenn man sie damit konfrontiert hat, also mit dem Gesundheitszustand, mit diesen unglücklichen Videos, dann haben sie meistens sowas gesagt, nein, nein, das sei alles Propaganda aus dem Lager von Donald Trump. Und diese Videos seien dann extra so geschnitten worden und haben das verteidigt. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass sie das nicht gesehen haben, oder? Und wenn man jetzt überlegt, dass sie sich eine Woche haben vorbereiten lassen oder Joe Biden sich dort hat vorbereiten lassen, und das muss doch in seinem Umfeld jemand gesehen haben. Und vor allem, wenn man dann den Auftritt aus seiner Frau nach dieser katastrophalen Debate-Situation gesehen hat, wo sie ihn dann noch anfeuert auf der Bühne und sagt, wie großartig das war so ungefähr. Leben die da so ein bisschen in einer Parallelgesellschaft? Ja, ich glaube schon, dass das eine Blase ist, die den Präsidenten da umgibt, wo man die Augen verschließt. Denn man muss ja diesen Gesundheitszustand wahrnehmen. Ich persönlich habe ihn selbst auch beobachten können, noch im Februar, als ich mit dem Bundeskanzler im Weißen Haus war, im Oval Office. Und da ist mir schon aufgefallen, dass bei diesen wenigen Worten der Begrüßung, die Joe Biden da gesprochen hat an den Bundeskanzler, das Knistern des Kaminfeuers im Hintergrund fast lauter war als die Stimme des US-Präsidenten. Man musste sich richtig so nach vorne beugen, um ihn überhaupt verstehen zu können. Das fiel ja gestern Abend im Duell auch auf, wie leise er gesprochen hat, dass er sich ständig verhaspelt hat. Er hat da im Oval Office, als ich ihn gesehen habe, auch diese Begrüßungsworte von Karteikarten ablesen müssen, mit großer Schriftgröße, obwohl das eigentlich nur ein paar Sätze waren. Und da fiel mir auch schon auf, wie teilweise der Blick so ein bisschen ins Leere ging. Und ohne, dass das jetzt altersdiskriminierend klingt oder herabwürdigend, aber ich habe ehrlich gesagt nach meinem Eindruck da im Weißen Haus gedacht, hm, wenn das jetzt mein Großvater wäre, dann würde ich vermutlich jetzt die Familie anrufen und sagen, hey, der ist nicht mehr so gut drauf. Wenn ihr ihn nochmal sehen wollt, fahrt vielleicht besser nochmal hin. Und um noch einen Schritt weiter zurückzublicken, 2020, als ich noch Korrespondent in den USA war, im Vorhörerkampf im Februar damals, auch in New Hampshire, habe ich ihn einige Tage begleitet. Und auch da fiel mir schon auf, wie schwer ihm es fiel, sich zu bewegen, dass er seine Reden komplett vom Teleprompter ablesen musste und sich auch dabei immer wieder verhaspelt hat, sehr genuschelt hat, schon teilweise schwer verständlich war. Und das ist wohlgemerkt vier Jahre her. Und damals habe ich schon gedacht, oh, wie will dieser Mann überhaupt den anstrengenden Wahlkampf überstehen? Wenn wir uns jetzt anschauen, dass eigentlich alle Medien, also egal, wo sie stehen, in ihren Beiträgen, in den Kommentaren, unisono fordern, dass Joe Biden jetzt abgeben muss und sagen muss, ich mache es doch nicht mehr und wir brauchen einen anderen Kandidaten. Wie könnte das jetzt in den nächsten Tagen aus deiner Sicht weitergehen? Glaubst du, dass es da Einsicht geben wird bei Joe Biden, bei seiner Frau, bei seinem engsten Umfeld? Oder werden die weiter daran festhalten und sagen, wird schon werden und beim nächsten Duell wird es besser? Also die ersten Indizien deuten ja darauf hin, dass Joe Biden nicht hinschmeißt. Er ist ja gestern nach der Debatte noch in so ein Waffelhaus gefahren, ist da angesprochen worden von Reportern und hat gesagt, das sei doch alles ganz gut gelaufen. Auch seine engsten Berater haben in Interviews gesagt, man denke überhaupt nicht daran, aufzugeben. Und ich meine, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die Grundvoraussetzung für einen Kandidatenwechsel wäre, dass Joe Biden selbst zu der Einsicht gelangt, dass er es nicht mehr kann, dass er zu alt ist. Und ich glaube, da deutet wirklich nicht viel drauf hin. Er hat letzte Woche noch dem Teil-Märgesinn ein Interview gegeben, da ist er auch gefragt worden. Und da hat er so sinngemäß geantwortet, dass ja seine große Erfahrung und sein Alter eine Stärke sind und keine Schwäche. Und dass bestimmte außenpolitische Erfolge, zum Beispiel Finnland und Schweden in die NATO zu manövrieren und die Türkei dafür zu gewinnen, dem zuzustimmen, dass das kein anderer hingekriegt hätte. Also ich glaube, sein Selbstbild unterscheidet sich signifikant von der Fremdwahrnehmung. Und es fällt übrigens auch auf, dass, obwohl jetzt gegrummelt wird in der demokratischen Partei, also wir hören ja aus den USA, dass die demokratischen Großspender nervös werden, dass die Kongressabgeordneten nervös werden, weil sie sozusagen einen schwacher Präsidentschaftswahlkampf auch mit runterziehen kann und sie ihre Mandate verlieren würden. Aber es fällt trotzdem auf, dass keiner wirklich namhaft mal in Erscheinung tritt und das öffentlich äußert, sondern alle nur hinter vorgehaltener Hand lassen sich sozusagen anonym zitieren. Und wenn wir uns jetzt die Krönungsmesse, den demokratischen Parteitag Mitte August in Chicago angucken, dann sind die Delegierten dort zwar nicht formal juristisch gebunden an Biden, aber doch irgendwie moralisch. Das heißt, die Grundvoraussetzung wäre, dass Biden selbst sich zurückzieht. Und das kann, glaube ich, nur gelingen, wenn, du hast es angesprochen, wenn seine Frau Jill vielleicht auf ihn einwirkt oder andere Gründen der demokratischen Partei, denken wir an Chuck Schumer oder Nancy Pelosi, wenn die sozusagen wie in einer Intervention jetzt ins Oval Office gehen würden mit Jill Biden zusammen und auf ihn einreden würden. Aber selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich zurückziehen würde. Also es gibt aus der demokratischen Partei heraus keine Möglichkeit zu sagen, Joe, das war's oder wir haben hier noch einen Gegenkandidaten, den wir nochmal irgendwo zur Wahl stellen. Also formal juristisch gibt es da keine Möglichkeit. Formal juristisch gibt es noch die Superdelegates natürlich beim Parteitag, aber die würden nach meinem Kenntnisstand nicht ausreichen, ihn da noch outzuperformen. Denn er hat ja 95 Prozent der etwa, ich glaube, es sind 4000 Delegiertenstimmen sicher. Die hat er sich in diesem Vorwahlkrimi sozusagen, oder es war ja kein Krimi, hat er sich in den Vorwahlen diese Delegiertenstimmen gesichert. Und dann übrigens, wenn er doch verzichten würde, wäre ja interessant, was passiert dann? Wer erhebt dann Ansprüche? Dann könnte zum Beispiel Kamala Harris als Vizepräsidentin sagen, hey, ich war ja mit auf dem Ticket, deswegen bin ich jetzt erstmal die legitime Kandidatin. Das würde also auch nochmal spannend. Wie erklärst du dir es, dass Joe Biden und sein Umfeld zumindest bis hierhin nicht bereit sind zu sehen, wie sehr die Chancen ja geringer werden, dass er das gewinnen kann, beziehungsweise sehr, sehr schlecht sind mittlerweile? Ich glaube, bisher ist die Präsidentschaft aus deren Sicht ja nicht so schlecht gelaufen, wenn wir uns auch die Midterm-Elections angucken zum Beispiel. Da haben die Demokraten ein besseres Ergebnis erzielt, als ursprünglich mal befürchtet wurde. Und grundsätzlich, die Wirtschaft in den USA läuft ja deutlich besser als bei uns. Der Arbeitsmarkt sieht gut aus. Die Inflation ist zwar sehr hoch, da leiden auch viele Amerikaner drunter, also die durchschnittlichen Immobilienpreise und auch Lebensmittelpreise sind sehr hoch. Aber insgesamt stehen die USA ganz gut da. Und deswegen glaube ich, sieht Joe Biden da nicht die Notwendigkeit, etwas zu ändern. In seiner Partei wiederum ist es ganz anders. Ich habe gerade letzte Woche noch mit einem demokratischen Kongressabgeordneten gesprochen und der sagte, mit einem anderen Kandidaten hätten wir 10 Prozentpunkte mehr. 10 Prozentpunkte mehr, aber auch das ein großes Risiko, denn das sind alles Kandidaten, die jetzt nicht so viele zumindest kennen, wie natürlich die Bekanntheit von Joe Biden als amtierender US-Präsident ist. Wer wäre für dich dort dann momentan der Favorit? Sollte Joe Biden sagen, ja, ich habe verstanden, ich sollte doch nicht nochmal antreten? Ich glaube, es gibt keinen klaren Favoriten, aber es gibt so drei, vier Namen, die jetzt gehandelt werden. Die können wir ja mal durchdeklinieren, wenn du möchtest. Die erste habe ich vorhin schon genannt, Kamala Harris, hat aber auch das Problem, dass sie noch unbeliebter ist in lauten Umfragen als Joe Biden selbst. Diesen Kongressabgeordneten, von dem ich vorhin erzählt hatte, den habe ich auch gefragt, warum ist die denn eigentlich so unbeliebt? Daraufhin antwortete der nur ganz trocken, hast du mal dich mit ihr unterhalten? Also der hat erstaunlich offen darüber gesprochen, dass sie der Aufgabe intellektuell nicht gewachsen sei. Er hat erzählt, dass sie ja eigentlich zwei Aufgaben hatte als Vizepräsidentin. Erstens die Situation mit der illegalen Einwanderung über die mexikanische Grenze zu lösen. Das ist ihr nicht gelungen. Sie war außerdem mit einer Wahlrechtsreform betraut worden, hat sie auch nicht geschafft. Dann gilt sie wohl in ihrem Mitarbeiterstab auch als cholerisch, also keine gute Führungsperson. Deswegen steht sie nicht gut da, aber das ist also ein Name, der gehandelt wird. Dann hört man immer wieder Gretchen Widmer, das ist die Gouverneurin von Michigan. Die ist ein Name, der da kursiert. Dann Gavin Newsom natürlich, der Gouverneur von Kalifornien. Der da gestern so strahlend schon ein bisschen bei den Reportern vorbeilief, so als hätte er irgendwie schon Interesse, oder? Genau so. Das hast du sehr, sehr genau beobachtet. Der lief strahlend vorbei, hat dann natürlich trotzdem gesagt, nein, eine Debatte darüber, ob Biden jetzt zurückziehen müsse oder nicht, sei unnötig und auch nicht hilfreich gerade. Sehr ganz generös gesagt, aber der sieht zumindest gut aus. Das ist in den USA so oberflächlich. Das klingt natürlich immer wichtig und wirkt noch dynamisch. Gleichzeitig muss man auch sagen, Kalifornien ist ja immer sehr progressiv. Und ob dieser Gavin Newsom jetzt in den Swing States, wie sagen wir Michigan oder Wisconsin oder auch Arizona wird sehr wichtig, wo man auch so ein bisschen ein konservativeres Profil hat, was Nahbares, wo viele Arbeiter leben, auch denkt man Pennsylvania. Ob das da ein Kandidat ist, der da vermittelbar wäre, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und würde dafür überhaupt die Zeit reichen, selbst wenn Joe Biden jetzt in diesen Wochen oder in den nächsten Tagen sogar sagen würde, okay, wir brauchen einen anderen Kandidaten, ich mache es nicht mehr. Das ist ja bis zur Wahl im November nicht mehr lange hin. Das heißt, so ein Kandidat müsste ja erstmal landesweit bekannt werden. Hätte der überhaupt dann eine Chance gegen Donald Trump, wer auch immer es wird? Ja, also die Amerikaner entscheiden sich ja immer sehr kurzfristig. Wichtig wäre jetzt im ersten Schritt natürlich, dass man das vor diesem Nominierungsparteitag im August in Chicago noch hinkriegt, den überhaupt erstmal auf die Bühne zu schieben. Und dann würde es darauf ankommen, einerseits die demokratische Basis wieder mit Energie zu beleben, wieder zu beleben, wenn man so will. Und dann natürlich auch unentschlossene Wähler zu gewinnen. Aber ich glaube, es wäre eine sehr, sehr große Herausforderung. Denn wie du sagst, in den USA kommt es sehr darauf an, auf eine hohe Name Recognition. Also dass der Name schon, die Amerikaner sprechen von Household Name, also in jedem Haushalt bekannter Name ist. Und so oder so, also aus meiner Sicht sind die Demokraten gerade in einer Loose-Lose-Situation. Welche Rolle spielt momentan Barack Obama und seine Frau Michelle Obama? Barack Obama gilt ja als wirklich enger Vertrauter von Joe Biden. Jemand, der ihn überredet haben soll, damals überhaupt zu kandidieren gegen Donald Trump. Auch bei der ersten Kandidatur von Joe Biden gab es schon Debatten um die Frage des Alters, ob er das jetzt noch einmal macht, nachdem er auch acht Jahre Vizepräsident unter ihm war. Wäre Obama jemand, der erstens auf Joe Biden zugehen könnte jetzt? Denkst du, da passiert was hinter den Kulissen? Und was ist mit dieser, ich glaube persönlich, dass das nicht passieren wird, aber sie wird immer mal wieder genannt, mit einer Michelle Obama als möglicher Kandidatin? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, wo ich mich auch immer wieder umhöre, was meine amerikanischen Freunde oder frühere Kollegen in den USA davon halten. Also offiziell sagt Michelle Obama ja immer, sie sei froh, dass sie nicht mehr im Weißen Haus leben müsse und mit der Politik nichts mehr zu tun habe. Und das habe sie ja sowieso nie so interessiert. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn in Wirklichkeit hat sie auch als First Lady sich politisch extrem eingemischt. Ich erinnere mich an einen regelrechten Richtungsstreit, den sie da hatte mit dem Team von Barack Obama, als es darum ging, ob man die Gesundheitsreform prioritär behandeln soll oder nicht. Sie hat immer gesagt, das ist historisch, du musst die Gesundheitsreform pushen. Und die Berater haben gesagt, nee, wir sollten nicht zu viel politisches Kapital darauf verwenden. Also hat sie sich einen echten Machtkampf geliefert mit den engsten Beratern von Barack Obama. Das zeigt schon, dass sie extrem politisch ist und auch Machtbewusstsein hat. Und entgegen all dieser Beteuerung, dass sie nicht in die Politik will, hat sie sich vor zwei Jahren offenbar schon umgehört, auch bei demokratischen Großspendern und gefragt, hey, im Fall der Fälle würdet ihr mich unterstützen? Sie hätte natürlich den Vorteil, dass sie ein medialer Superstar ist. Sie ist weltweit bekannt. Sie würde natürlich schwarze Wähler und Frauen wahrscheinlich mobilisieren in den USA. Oder wenn du mich jetzt fragst, halte ich das für wahrscheinlich, dass sie noch ihren Hut in den Ring wirft? Ich würde auch eher sagen, nein. Lass uns noch auf Donald Trump schauen. Da muss man ja sagen, mit so einem Ergebnis, also in den Umfragen nach dem CNN-Duell, weit über 60 Prozent sagen, dass er dieses Duell gewonnen hat. Was bedeutet das jetzt alles für ihn? Ja, er geht mit Rückenwind in den weiteren Wahlkampf. Ihm ist es gelungen, sich zumindest über manche Strecken diszipliniert zu zeigen. Das heißt, er ist jetzt nicht total ausfallend geworden. Er war nicht allzu aggressiv, für seine Verhältnisse wirklich moderat. Und ich meine, für seine Verhältnisse, wenn man ihn kennt, wie er bei seinen Wahlkampfveranstaltungen auftritt. Ich war jetzt Anfang des Jahres noch in South Carolina, um mir da die Primaries anzugucken, zu beobachten und habe da mehrere Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump besucht. Und da ist er ja wie ein großer Showmaster und aggressiv. Er hat da zum Beispiel auch proaktiv die ganzen Prozesse gegen ihn angesprochen. Das werde ich nicht vergessen, wie er sich vor 15.000 Leuten in South Carolina da hinstellte und gesagt hat, hey, wusstet ihr eigentlich, ich habe mehr Anklagen als Al Capone? Was sollen meine Eltern im Himmel nur denken? Aber wisst ihr was? Das ist alles eine Hexenjagd. Und die Justiz von Joe Biden, die will mich zum Schweigen bringen und damit wollen sie auch euch zum Schweigen bringen. Und das war so seine Linie dort. Und da wirkte er gestern auf mich schon durchaus gemäßigt her, fast ein bisschen staatsmännisch. Und deswegen hat er dieses Duell, obwohl er ja, wie gesagt, nachweislich auch wieder Unwahrheiten verbreitet hat, hat er das definitiv gewonnen. Und ich glaube, es hat seine Chancen erheblich gesteigert, das Weiße Haus zurückzuerobern. Mein Eindruck ist, dass auch in der internationalen Politik jetzt erstmals heute der Name Trump wirklich als absolut realistische Option diskutiert wird. Ich habe ein Statement gesehen von Radoslaw Sikorski, dem polnischen Außenminister, der etwas ausschweifend davon sprach und über das Römische Reich diskutierte, dass auch da verpasst worden sei, rechtzeitig sozusagen die Staffel zu übergeben. Also man merkt, finde ich, auch im politischen Berlin, dass eigentlich bis zum Duell alle immer noch gesagt haben, nein, das wird schon mit Joe Biden und die Wirtschaftsdaten seien einfach so gut und am Ende würden die Amerikaner doch dafür sein, dass die Wirtschaft alles entscheidet und das würde sich durchsetzen. Also auch in der deutschen Politik oder in der internationalen Politik wollte man das alles irgendwie nicht sehen, oder? Wie nimmst du jetzt die Reaktion wahr? Also erstmal habe ich es genauso wahrgenommen wie du. Hier aus den Regierungskreisen in Berlin, wann immer ich hochrangige Regierungsvertreter in Hintergrundgesprächen danach gefragt habe, dann war immer, nein, das wird schon gut gehen und das läuft doch alles und man darf die Umfragen nicht überbewerten. Aus meiner Sicht hat man wirklich die Augen wieder verschlossen, einfach vor dieser Möglichkeit und das ist ein Déjà-vu. Es war ja 2016 übrigens genauso. Da hat ganz Deutschland gesagt, nein, Donald Trump hat keine Chance und als er es dann war, hatte die deutsche Regierung kaum Drähte, auch in die republikanische Partei. Ich erinnere mich noch, dass man in Washington in der deutschen Botschaft teilweise gar nicht wusste, wo man überhaupt anrufen muss bei bestimmten Themen, weil man vorher es versäumt hatte, Kontakte zu knüpfen in dieses Trump-Team und ich glaube... Wie ist das jetzt? Was hörst du vom Kanzler? Wird da versucht, irgendwo Kontakte herzustellen? Also Rick Grenell wäre ein Name, der... Das wäre ein Name, der immer wieder gehandelt wird, ja, als sogar möglicherweise Außenminister oder nationaler Sicherheitsberater. Aber nach meinem Empfinden hat man bisher jetzt wieder nicht zu viel getan, um sich auf eine neue Trump-Präsidentschaft vorzubereiten. Also gut, Annalena Baerbock ist mal nach Texas geflogen und hat sich mit dem Gouverneur Greg Abbott getroffen. Kann man sagen, das geht schon so ein bisschen in diese Richtung, sich vorzubereiten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man eine echte Strategie jetzt entwickelt für den Tag X und in Szenarien denkt. Was würde denn passieren, wenn Trump plötzlich alle Zahlungen an die Ukraine einstellt, wenn er vielleicht nicht aus der NATO austritt, aber zumindest sein Engagement deutlich zurückfährt? Ich glaube, in diesen Szenarien wird nicht ausreichend gedacht in der Bundesregierung. Zum Abschluss, Philipp, Jan Philipp, du hast es angesprochen, die Frage der Ukraine für uns ja hier im Podcast eines der ganz großen Themen oder das Thema. Und alle rätseln ja darüber, macht er dann seine Ankündigung am Ende wirklich wahr? Wird er dann sagen, das war's? Oder ist das so ein typischer Trump, der dann versucht, irgendwie alles oder nichts und der sich dann auch noch mal noch stärker gegen Putin wenden könnte? Also ich halte ja bei ihm immer grundsätzlich alles für möglich. Ja, alles ist möglich. Ich habe auch mal gesagt, seine einzige Kontinuitätslinie ist eigentlich seine Unberechenbarkeit. und gleichzeitig bei bestimmten Themen sieht man doch eine gewisse Konsistenz, auch übrigens in seinem Beraterkreis. Und du hast ja gerade Rick Grenell angesprochen und es gibt ja einige Außenpolitiker oder unter den Republikanern, die sich auch schon geäußert haben. Und deswegen würde ich sagen, Stand heute ist es eher wahrscheinlich, dass ein Präsident Trump das Engagement für die Ukraine maßgeblich zurückfahren würde. Denn es gibt ja in der amerikanischen Bevölkerung auch eine wachsende Zahl von Amerikanern, die sagen, was haben wir eigentlich damit zu tun? Und das sollen die Europäer unter sich ausmachen. Warum sollen amerikanische Steuerdollar in diesen Krieg weiter hineingepumpt werden? Und Trump ist am Ende ja, denkt er einfach rein transaktionell. Transaktional sagt man immer, was bringt ihm etwas? Er führt keine wertebasierte Außenpolitik, sondern eine Außenpolitik nach dem Motto America first. Er ist ein Isolationist. Und deswegen würde ich sagen, Stand heute ist es leider eher wahrscheinlich, dass die USA sich da massiv zurückhalten würden. Und selbst für einen demokratischen Präsidenten wäre es viel schwieriger, ab dem kommenden Jahr weitere Ukraine-Hilfen zu gewinnen. Herzlichen Dank, Jan Philipp, für all deine Insights. Faszinierend, was da gerade in den USA passiert. Und wir werden es natürlich auch in den nächsten Wochen noch weiter begleiten. Und ich hoffe, du kommst nochmal zurück hier in den Podcast. Danke dir. Danke, Paul. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert. Das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion bei Serdar Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt bei Jorgos Mutafis und Vadim Moisenko. Bis zum nächsten Mal.